Da hatten wir noch gut lachen, da wussten wir noch nicht, welcher Tanz auf uns zukommt. Sie haben nur drei Tage Zeit für einen senegalesischen Tanz, der es in sich hat. Da war ich kurz vorm Heulen, also fast Ende. So Ende Gelände? Ja. Wenn du den Start vermasselt hast, dann ist das Ding vorbei. Lambis Tanzduell, Sonntag 19.05.